hallo meine lieben minecraft freunde draußen schön dass ihr wieder eingeschaltet habt wie weiter geht es hier mit minecraft wir brauchen steiner wir haben so gut wie gar kein stein ja zweimal bruchstein ist natürlich überhaupt nichts ich muss erst mal gucken was wir hier einlagern können tonkloppen eichensätze link können wir gleich noch platzieren das andere lasse ich mal brauchen wir ja noch alles zum bauen wir brauchen noch ein zaun so da drüben waren doch waren dann noch schafe können wir das ja eigentlich da drüben muss sie bloß ein paar bäume also paar bäume fällen hier sind keine tiere mehr ich will ja sowieso darüber ein bisschen stein holen für die brücke dass wir die ach gucken wir mal wie ich das so mach oder hinsichtlich scharf das schon mal gut bleiben aber spontan aber ein anderes hier bei mir ist so alles von tam so wenn dann scharf ist hier waren auch mehrere schafe eigentlich waren hier mal mehrere schafe da ist noch ein schaf oder hinten ist ein bug seht ihr den bug auch sie da hätten laber gerade ein bildschirm mit dem bildschirm da ist unten leuchtet laber oder das in der höhle wenn hier schon zwei schafe sind überlegen wo bauen wir das gehiegel besten wäre da drüben schwimmen können sie die sollen eigentlich erst mal denn da drüben weil ja also da oben so beziehungsweise hier rechts denke ich mir mal machen wir das hier machen wir hier wollte ich gar nicht machen ich wollte ja eigentlich stein holen so den baum nehmen natürlich auch noch weg das sieht doch schon mal gut aus aber ich glaube vom zaun her sollte es sollte knapp werden immer zwei schafe na aber dann machen wir erstmal weil wir noch nicht so viel haben so dann brauchen wir noch ein bisschen ja ja da brauchen wir noch was dafür brauchen wir was schön ja da war doch noch was da war doch noch was ein tor reicht erst mal ach so da fällt ja noch holz man zumindest zwei drei ich glaube das reicht ich muss auf jeden fall anbauen aber so für zwei schafe beziehungsweise 32 schafe und zweieinhalb sagen wir mal so zweieinhalb es geht ja fackeln machen wir erst mal so er kommt noch später weil die vernünftige lämpchen an die ecken echt ein bisschen eng ich glaube dann sollte bereichen wir fangen da ist noch ein klein an bevor die tiere nachher ganz verschwinden und ein bisschen weit laufen muss kann man nicht die tiere jetzt auch mit dem boot über den see transportieren und einem normalen boot kann man doch noch was dranhängen war das nicht so gemein da mal was gesehen zu haben so kommen kommen sie mal mit hier kommen sie mal mit andere schaf hole ich gleich ja kannst du schwimmen jahre kommen wir haben zu schwimmen obwohl ja komm das gleich geschafft müssen wir hier lang so nicht alle schafe können schwimmen dauert natürlich ein bisschen so das gleiche machen wir gleich nochmal weil wir brauchen ja noch ein zweites schaf für die zucht auf jeden fall na so kommen wir mal mit hier das schon wieder schon mal riecht mann 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 so ich komme gleich wieder weil fütterung ist nachher dran also weiße bis schade werden da das was die spawnt ach setzt links jetzt nicht okay dann muss ich einmal schlafen gehen mal wieder schlafen 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 muss ja minecraft so oft schlafen alle 7 bis 8 minuten alle 8 minuten ja und dann schauen wir mal nach dem zweiten schaf das kann ich auch schon wieder ernten ja so müssen wir dann lang da lang nebenbei natürlich baum fällen wir brauchen holz oh hier sind so einige bäume nee die muss ich erstmal fällen das ist ja das schöne ne kann man ja wunderbar nebenbei machen so und dann schauen wir mal wo das schäfchen ist das schaf weil so von lauter bäumen sieht man kein schaf dann müssen wir ein bisschen tiefer ein bisschen gucken so ich glaube hier rechts geradeaus ist ein schaf hallo brauchst du dich gar nicht verstecken das nächste ziel natürlich kühe und schweine na da war ich zu schnell oder ich glaube wenn ich das so sehe also tinte kriege ich glaube ich auch viel zusammen wenn ich also mit schwarz oder wegen einfärben haben glaube ich auch keine sorgen mit so schaf hat es geschafft sehr schön sehr schön gerade über der sie ganzen bäume hier gewachsen sind die muss sie dann alle wieder fällen so kommen sie mal mit hier da wartet schon jemand das ist schön ne ja mir gefällt das auch wunderbar zack zack herrlich herrlich und jetzt haben wir zweieinhalb schaf so schnell geht das warte mal der lüte muss auch noch ich sehe nix machen wir mal so hühnchen und die blüben schälen als man hat die porsche hühnchen die hühnchen und die blümchen hühnchen und blümchen guck mal hier kleiner oder kleine je nachdem nein sie bleiben drin deswegen muss man eigentlich machen wir schon mal ein zweites toa kraften so als schleuse jetzt stürme ich die bäume die müssen gleich weg so ne zack ich das türchen noch beziehungsweise tor heißt das tor wie heißen das überhaupt tropenholzsauntor so muss natürlich erweitert werden wir sagen so sechs schafe sind oder ich glaube akten akt maximal passen acht das wollte ich sagen acht vielleicht rein eventuell so okay ein bisschen holz hacken das kann ich aber auch getrost ohne euch machen weil das ist jetzt nicht so spannend ich werde die bäume hier noch fällen und eine neue setzlinie platzieren und gucken was bestimmt auch wieder ein apfel und ja das soll es gewesen sein mit dieser folge ja schaltet beim nächsten mal wieder ein und um das nicht zu vergessen am besten abonnieren daumen nach oben und natürlich die glocke aktivieren und ihr leute bleibt gesund bis zur nächsten folge bis dann tschüss